Hertha, willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel 60 München gegen den SV Wolter von Mannheim. Endstand vor 15.000 Zuschauern im ausverkaufenden Stadion der Welt zu 1 für 60 München. Christian Naltheritz und Fabrizio Iacobacchi der PIN-DG in den Lußen und unser Gast der PIN-DSB. Ja, erstmal Servus zusammen, Glückwunsch an 60 zum Sieg. Ich glaube, dass wir in ein gutes Spiel reingekommen sind, dass so die erste Viertelstunde in 20 Minuten völlig in Ordnung war. Wir haben auch die Möglichkeit, mit dem Kopfkopf von Seega an die Gatte und absolut viel Blüge zu haben. Wir sind richtig gut drin. Und dann fällt irgendwie aus dem Nix das 1-0, das wir eigentlich selber einfach klären können. Wir ziehen da den Kopf weg und haben dann eine Phase, wo wir die komplette Kontrolle verlieren. Zweimal Pfosten, weitere zwei Tore. Die Situation vor der Halbzeit mit Frido Wagner, dass wir das Glück hatten. Es hat zum Spiel gepasst in der ersten Halbzeit, dass du 3-0 zurückliegst und dann vielleicht mit 10 Mal weiterspielen musst. Dieses Glück hatten wir gehabt. Und das ist in der Summe das, was wir uns in der ersten Halbzeit eingerissen haben, schwierig in der zweiten Halbzeit wieder gut zu machen. Ich habe den Jungs gesagt, dass es jetzt auch mal darum geht, Charakter zu zeigen. Charakter zu zeigen, unabhängig vom Ergebnis in der zweiten Halbzeit Fußball zu spielen. Und das haben wir gemacht. Die zweite Halbzeit hat 60 sicherlich mehr verteidigt und haben das Ergebnis verwaltet. Aber wir haben in der zweiten Halbzeit trotzdem einen Ball laufen lassen. Wir haben weiter Fußball gespielt. Haben das Tor gemacht. Auch wenn es ein Elfmeter war. Ich glaube auch an Winkler, der steht auf der Linie. Ich glaube auch an Winkler. Ich glaube auch an Winkler gehen können in der Situation. Vielleicht wäre es dann halt auch noch mal spannender geworden hinten raus. Aber das, was wir uns in der ersten Halbzeit eingerissen haben in der Phase, das ist schwer zu kitten gewesen. Und mit der zweiten Halbzeit kann ich aber absolut leben. Wir haben die zweite Halbzeit dann für uns entschieden. Aber am Ende steht 3-1 und da muss man den Gegner gratulieren. Und das machen wir eben auch. Dankeschön. Machen wir den Wunsch zum nächsten Halbzeit. Wie hast du das Spiel angesehen? Ja, ich kann eigentlich nicht viel mehr sagen, als der Christian da jetzt das Spiel beschrieben hat. Ich glaube, er hat das Spiel auf den Mund gebracht. Und ja, also die erste Halbzeit ist so, dass wir die erste Viertelstunde nicht so reingekommen sind in das Spiel, wie wir uns das gewünscht haben. Aber ich glaube schon, dass eben nach dem 1-0 etwas passiert ist. Und wir effektiv dann eben diese Chancen, die wir gehabt haben. Die zwei Pfostenschüsse hätten sicher das Score erhöhen können. Auch mehr als das 3-0. Nichtsdestotrotz haben wir effektiv dann in der zweiten Halbzeit mehr verwaltet. Das ist einfach so. Da passiert eben etwas auch mit der Mannschaft. Man will dann eben das 3-0 so halten. Versucht dann auf einen Konter oder so ein zusätzliches Tor noch zu erzielen. Aber schlussendlich wird man eben kein Tor bekommen. Und leider haben wir das nicht geschafft. Aber ich glaube, ich kann der Mannschaft wirklich ein großes Kompliment machen, was eben in der ersten Halbzeit geleistet wurde und dann in der zweiten Halbzeit eben verteidigt wurde. Und man sieht dann eben doch, was für eine Qualität Waldorf-Mannheim hat auf dem Platz und auch auf der Bank. Sie haben schon eine sehr gute Mannschaft, die eben, wenn man eben gewisse Räume lässt, doch eben Fussball spielen können. Und das war eben wirklich in der ersten Halbzeit von unserer Seite sehr sehr gut gespielt. Und eben diese Chancen, die wir uns erarbeitet haben, eben auch gut dann effizient, fast effizient auch ausgenutzt. Darum ein großes Kompliment an die Mannschaft, die eben das auf den Platz gebracht hat, was ich von ihr erwartet habe, gewünscht habe. Vor allem kämpferische Hinsicht, Leidenschaft, die Einstellung, wenn man über Wochen immer wieder sagt, sind sie noch motiviert, wollen sie noch etwas und so weiter. Heute haben wir gezeigt, nicht nur heute, auch vorher, dass die Mannschaft lebt, dass sie wirklich umsetzt, was von ihr verlangt wird. Und ja, es hat Spieler, die heute verabschiedet wurden. Es ist immer mit einem Bein in den Auge, weil ich habe es wirklich mit jedem Spieler sehr gut gehabt. Ich habe mit ihm wirklich gerne gearbeitet und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen wirklich bedanken, mit was für einem Einsatz sie diese zweieinhalb Monate, fast drei, mit mir gehabt haben. Und es ist nicht selbstverständlich in dieser Situation, aber alle haben mitgezogen und das ist allen Ehren wert. Und darum noch einmal hier an dieser Stelle danke, danke, vielen allen Beteiligten, weil sonst wären diese Resultate, die wir jetzt erzielt haben, in der letzten Zeit nicht möglich gewesen. Vielen Dank.